so hallo und herzlich willkommen in diesem kleinen video möchte ich euch LTL das heißt die linearzeit temporallogik ein bisschen näher bringen das ist ein gebiet aus der theoretischen informatik was so ein bisschen ähnlich funktioniert wie aussagenlogik was sicher die meisten schon kennen aber ein bisschen anderes anwendungsgebiet findet um LTL zu verstehen müssen wir uns erst mal so einen zeitstrahl vorstellen der immer so aus zeitpunkten besteht das heißt also hier ist zeitpunkt 0 hier ist zeitpunkt 1 hier ist zeitpunkt 2 und so weiter und dieser zeitstrahl geht unendlich in eine richtung als nächstes müssen wir uns die atomaren propositionen anschauen atomare propositionen klingt total kompliziert ist aber super einfach das ist einfach nur so eine menge die aus sozusagen einzelnen propositionen besteht das hier sind die beiden propositionen das jetzt einfach mal ein beispiel ampelrot und ampelgrün man sagt eine proposition die kann an einem zeitpunkt gelten oder nicht gelten und es an einem zeitpunkt also zum beispiel hier können jetzt mehrere propositionen gelten eine einzige oder auch gar keine die propositionen die schreiben wir jetzt einfach an diese striche dran also das heißt zum zeitpunkt 0 gilt ampel ist rot zum zeitpunkt 1 gilt gar nichts und zum zweitpunkt 2 gilt ampel ist grün und ampel ist rot leere menge bedeutet jetzt dass nichts gilt also keine von den propositionen wir nennen diesen ganzen zeitstrahl sozusagen wo an jedem punkt irgendwelche propositionen gelten bis in die unendlichkeit das nennen wir einen trace formal gesehen ist jetzt ein trace so eine folge a0 a1 a2 und so weiter und so fort bis unendlich wobei an jeder stelle eine teilmenge der potenzmenge und der menge der atomaren propositionen gelten kann wenn euch das zu kompliziert klang dann mache ich euch jetzt ein paar einfache beispiele wer die syntax für reguläre ausdrücke kennt er kennt sicher den sternchen operator wir haben hier so was ähnliches und zwar ist das der omega operator dieser omega operator hier er sagt jetzt dass das was hier in den klammern steht unendlich oft vorkommt und das ist jetzt ein trace den wir theoretisch bilden können jetzt sieht man schon so ein bisschen wofür ltl eigentlich gut ist und zwar kann ich jetzt wenn ich mir vorstelle dass so ein trace so ein programmverhalten beschreibt von so einem computerprogramm dann kann ich jetzt gewisse anforderungen stellen oder bestimmte abläufe beschreiben zurück zu unserem ampel beispiel ich habe das jetzt einfach mal verkürzt aufgeschrieben also ampel rot heißt einfach nur noch rot und ampel grün heißt einfach nur noch grün nur dass ihr nicht durcheinander kommt jetzt kann ich zum beispiel ltl benutzen um auszusagen ich möchte dass die ampel niemals rot und grün gleichzeitig ist und das ist jetzt der punkt wo wir ltl wunderbar verwenden können und wir können uns jetzt sozusagen logische formeln bauen um solche dinge auszudrücken der trace grün und dann rot und dann wieder grün und wieder rot also das sozusagen unendlich oft fortgesetzt würde jetzt diese eigenschaft die ich eben formuliert habe erfüllen nämlich ampel wird niemals rot und grün gleichzeitig weil sie wechseln sich dann immer ab aber sie sind nicht am gleichen zeitpunkt die lampen sind nicht beide gleichzeitig an würde ich jetzt zum beispiel hier noch grün dazu schreiben erstmal passt es dann natürlich nicht mehr zu der vorschrift die hier aufgeschrieben habe und dann wäre auch unsere eigenschaft verletzt hier oben also dann haben wir mal so ein punkt gefunden wo rot und grün gleichzeitig gelten und im nächsten video erkläre ich dann wie wir ltl jetzt benutzen um diese umgangssprachlichen forderungen oder anforderungen für traces wie wir die jetzt formal und mathematisch aufstellen können bis dann